Servus aus dem Skigebiet Watschröcken am Arlberg. Wir haben momentan Verhältnisse, wie sie besser einfach nicht sein könnten. Es hat in den letzten Tagen über einen halben Meter Neuschnee gegeben und ich würde sagen, wir sind sowas von ready für das Freeride Festival am kommenden Wochenende. Musik Wir sind an der Jägeralpe in Wart mit 30 Marken kostenfreies Testmaterial von der nächsten Wintersaison. Fettes Rahmenprogramm. Alle Infos freeride-testworld.com. Wir freuen uns.